Wie ihr seht, ich bin ein Eliein und ich habe Spielkind 45 entführt. Meine lieben Spielekinder, die ich sagen wollen, das ist nicht nett, das ist unschön, aber vielleicht auch ganz amisant, ich weiß es nicht. Aber, ich soll mich da auf einen vom Spielkind ausrichten, dass heute Abend, Donnerstag, der 24. in Lufthansa, ein Liebespräabend stattfindet. Klaberstunde mit Spielkind 45, wenn wir ihn dann rechtzeitig zurückbringen. Und schlag auf dazu jetzt nicht ein und erwarte teilweise Verscheiden, ansonsten könntest du der Nächste sein, der von uns entführt wird. Also, heute Donnerstag, 24. in Lufthansa, 20 von 30, labbersponde mit Spielkind 45. Auch wir Aliens verneigen uns von der Fortuna und ich sag in diesem Sinne, ab in die Ringe soll ich euch ausrichten. Macht es gut und mal gucken, ob das wirkend dann wieder kommt. Tschö, tschö, tschö. Tschö, tschö.